Ja, man muss sagen, dass die Colts über die letzten drei Jahre hinweg eigentlich einen katastrophalen Passrush hatten, waren 32., waren 23. und 30. im Ranking der NFL-Teams und insofern war mir so auch nicht klar, wo wir jetzt mal recherchiert haben, aber da muss man einfach sagen, da haben die absoluten Handlungsbedarf. Und sie haben in diesem Jahr den 15. Pick im Draft. Trent Cole, Robert Matthews, sind nur zwei Namen, die gehen, das waren halt auch zwei Passrusher. Waren auch die Besten, mit die Besten. Ja, waren halt Passrusher, richtig gute hatten sie da ja eigentlich nicht. Die beiden gehen halt auch noch, also das heißt, da musst du ordentlich was machen. Oftmals wurde in Indianapolis der Name genannt Melvin Ingram und auch Chandler Jones, die haben jetzt beide diese Woche den Franchise Tag bekommen, stehen also nicht zur Verfügung. Kannst du also von der Liste streichen. Ja. 55 Millionen Kehrpasse zur Verfügung und Draftpicks logischerweise. Ja. Pitch, wenn du General Manager der Indianapolis Colts wärst. Ja. Und man würde vor dir stehen, dein Chef steht vor dir, der Babo, der Colts steht vor dir und sagt, Pitch, mach was am Passrush. Was würdest du tun? Ja, die Gefahr ist natürlich bei der Free Agency immer, dass du einfach zu viel oder die Spieler überbezahlst am Ende des Tages. Es gibt viele, wir haben eben schon ein paar Mal drüber gesprochen, viele Teams, die dieses Jahr die Kriegskasse prall gefüllt haben. Insofern würde ich versuchen, den 15. Pick zu nutzen und einen Passrusher zu draften. Ein paar Namen, die wir da haben, Ruben Foster, Alabama oder Zach Cunningham, Thunderbilt, die im Draft relativ hoch gehandelt werden, wo man sagen kann, okay, da hast du einen Spieler, der vielleicht direkt liefern muss, der aber noch jung ist, entwicklungsfähig ist und wo du eben nicht überbezahlst. Und ich denke, das ist immer die größte Gefahr und deswegen denke ich, dass die Colts draften sollten. Mike Mayock, der NFL-Draft-Experte, hat ja auch acht Spielern einen First-Round-Grade ausgestellt im Passrush. Ja. Ziemlich viele. Trotzdem würde ich den Weg nicht gehen. Wenn der Babo, der Colts vor mir steht und sagt, TK, ändere mal den Passrush, würde ich nicht auf den Draft gehen, weil du musst zehn Sex daraus bekommen oder so. Wenn das dein Top-Pass-Rusher sein soll, dann musst du aus dem Draft-Pick zehn Sex rausbekommen und das, da musst du halt schon echt glücklich treffen. Aber auf dem Free-Agency-Markt ist jetzt auch, nachdem einige Passrusher den Tag bekommen haben oder Vertragsverlängerung, ist da jetzt nicht mehr sonderlich viel. Vielleicht würde ich erstmal in-house gucken. Eric Walden, der beste Passrusher letztes Jahr bei den Colts, elf Sex, ist allerdings schon ziemlich alt, 31 Jahre alt und will natürlich auch nochmal Kohle machen jetzt zum Ende seiner Karriere. Da würde ich hingucken. Oder aber, ich schaue nach Green Bay und hole mir Nick Perry. Nick Perry, 26 Jahre alt, auch elf Sex im letzten Jahr für die Green Bay Packers und lustigerweise, und hier kommt wieder NFL Scripted zum Spiel, wurde 2012 in der ersten Runde der Green Bay Packers gedraftet als Nachfolger von Eric Walden. Der wurde dann gehen gelassen und hat den Platz von Eric Walden schon mal eingenommen bei den Green Bay Packers. Jetzt könnte er wieder auf Eric Walden folgen, dann aber bei den Indianapolis Colts. Man sieht sich immer zweimal. Man sieht sich immer zweimal im Leben und ich würde Nick Perry holen als Alternative. Wenn du beide bezahlen kannst, du hast 55 Millionen Cap, vielleicht holst du sogar beide. Wäre natürlich noch besser. Vielleicht holst du sogar Nick Perry und draftest noch einen, das wäre auch eine Option. Auch eine Option, kannst du alles machen. Aber ich würde auf jeden Fall Nick Perry versuchen zu bekommen und wenn ich da noch Bock und Kohle hätte, vielleicht auch noch Eric Walden dazu, ist die beste Möglichkeit, die dir jetzt noch bleibt. Ansonsten haben die Colts halt echt ein Problem auf der Pass-Rushing, auf dem Pass-Rushing-Position, also da müssen sie ordentlich nachliefern. Pitch würde über den Draft gehen, ich würde mir Nick Perry und Eric Walden versuchen zu holen. Pitch würde über den Draft gehen.